Mehr Erfolg auf Amazon. Die neuen Video-Ads unter der Lupe. Mit der Einführung von Amazon Video-Ads wird Unternehmen ein stark differenzierter Markenauftritt auf der Online-Versandplattform garantiert. Erfahren Sie hier, wie auch Sie von Amazons neuem Video-Angebot profitieren können. In diesem Podcast lernen Sie, welche unterschiedlichen Video-Ad-Varianten Amazon anbietet und durch was Sie sich auszeichnen, welche kreativen Guidelines Sie bei der Erstellung Ihrer Amazon Video-Ads beachten sollten und welchen Mehrwert das neue Werbeformat für Sie bietet. Um was geht's? Bereits 2017 kündigte Amazon an, das eigene Werbeportfolio durch die Einführung von Outstream Video-Ads zu ergänzen. Damit reagiert die Plattform auf die Forderung vieler Werbetreibende, mehr Branding-Möglichkeiten im Videobereich anzubieten. Das Prinzip ist simpel. Während Amazon-Shopper über den Desktop oder mobile Endgeräte auf der Online-Plattform surfen, werden Produktvideos mit automatischer Wiedergabe gezielt eingespielt, die die Marken-Kunden-Beziehung nachhaltig stärken sollen. Hört sich doch erstmal gut an, aber welche Ziele lassen sich konkret mit diesem neuen Werbeformat erreichen? Welche Ziele können durch Amazon Video-Ads erreicht werden? Die Markenziele, die durch den videobasierten Werbeauftritt realisiert werden sollen, sind, Sie ahnen es schon, nicht pauschal auf alle Unternehmen anwendbar. So kann ein Video beispielsweise dafür bestimmt sein, die Markenbekanntheit zu steigern oder die Bevorzugung einer Marke zu begünstigen. Ebenso können Amazon-Nutzer über die Funktionsweise oder Handhabung des Produkts informiert oder lediglich auf ein Produkt aufmerksam gemacht werden. Das Ziel bestimmt die Fahrtrichtung oder in dem Fall die Wahl des idealen Videoprodukts. Ob animiertes Erklärvideo, real gedrehter Imagefilm oder doch etwas völlig anderes hängt ganz davon ab, welche Kernbotschaft Sie an Ihre Zielgruppe vermitteln wollen. Um Ihnen den größtmöglichen Mehrwert bei der Integration von Video-Ads bieten zu können, beruft sich Amazon in puncto Sichtbarkeitsrate auf den international empfohlenen 50 zu 2 Mindeststandard von MRC, Media Rating Council und IAB, Interactive Advertising Bureau. Demnach wird eine Videowerbung nur dann automatisch wiedergegeben und als Sichtkontakt gezählt, wenn 50% davon für mindestens 2 aufeinanderfolgende Sekunden für den Betrachter zu sehen sind. Andernfalls pausiert die Anzeige automatisch. Der Nervpegel der neuen Video-Ads fällt dank der standardisierten Stummfunktion sehr gering aus. Bei Interesse kann der Nutzer den Sound selbst aktivieren und die Anzeige im Vollbildmodus anschauen. So wird Interaktion mit Ihrer Marke geschaffen. Zwei Varianten – Templated Layout vs. Custom Layout Das Amazon Video-Ad-Angebot ist in zwei Varianten erhältlich, die sich durch den Grad Ihres Gestaltungsspielraums unterscheiden. Templated Layout Diese Designvorlage beinhaltet Ihr Markenlogo, eine Textüberschrift sowie einen Call-to-Action-Link, zum Beispiel Learn More oder See Details, neben dem Videoplayer und ist sowohl für Desktop als auch für Mobilplatzierungen verfügbar. Custom Layout Der Aufbau ähnelt im Grunde dem oben vorgestellten Layout. Jedoch haben Sie hier die Möglichkeit, Ihre Anzeige durch ein selbst erstelltes Bild weiter zu personalisieren. Im Rahmen des Custom Layout gibt es zwei Zusatzfunktionen exklusiv für das Amazon Fire Tablet, die momentan noch in der Beta-Phase stecken. Testkunden können ihre Video-Werbung zusätzlich als Wake-Screen-Anzeige über das Amazon Fire Tablet platzieren. Dabei handelt es sich um eine Fullscreen-Werbung, die erscheint, sobald der Bildschirm des Tablets angeschaltet wird. Ergänzend wurden Amazon Panels beta-entwickelt. Dabei handelt es sich um eine Vorschau-Bildstrecke, die dem Nutzer einen Einblick über ihr Produktportfolio gibt. Auf diese Weise können Interessierte mehr über ihre Marke und Produkte erfahren, ohne zuvor auf eine weitere Landingpage verwiesen zu werden. In vier Schritten zur erfolgreichen Amazon Video-Ad Wenn Sie sich auf einen Design-Typ festgelegt haben, geht es ans Feintuning. Damit Ihre Video-Anzeige nicht ungesehen weggescrollt wird, spricht Amazon klare Empfehlungen bei der Videogestaltung aus. Auch ohne Sound sollte Ihre Anzeige verständlich und fesseln für den Betrachter sein. Vermeiden Sie langatmige Erklärungsversuche, die einschläfern statt begeisternd wirken. Vorangegangenen Tests zufolge erzählen starke, visuelle, anziehende Inhalte die beste Leistung. Wobei idealerweise die Kernbotschaft in den ersten fünf Sekunden kommuniziert wird. Der Einsatz von gut leserlichen Textüberschriften kann hierbei unterstützend wirken. Call-to-Action-Elemente gehören nicht ins Video. Ein Klick darauf würde nur bewirken, das Video zu starten oder erneut abzuspielen. Generell darf die Dauer der Videos für Desktop- oder Mobilanwendungen die Schwelle von drei Minuten nicht überschreiten. Amazon favorisiert sogar eine Maximallaufzeit von knackigen 15 Sekunden. Die große Preisfrage. Was kosten die Video-Ads? Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Werbeangebots ist ein registriertes Unternehmenskonto bei Amazon Media Group, AMG. Abrechnungsgrundlage ist üblicherweise der 1000-Kontakt-Preis, kurz TKP. Dieser gibt an, wie viel Werbebudget Sie ausgeben müssen, damit 1000 Nutzer Ihre Video-Werbung auf Amazon sehen. Bisher hat Amazon keine detaillierte Preisliste zum neuen Video-Angebot veröffentlicht, was vermuten lässt, dass eine individuelle Kosteneinschätzung im Rahmen einer persönlichen Beratung erfolgt. Beta-Testphase Amazon Video-In-Search-Ads Alle Achtung! Wer bis hierher durchgehalten hat, der soll nun auch belohnt werden. Denn wir kommen nun zu dem, sagen wir mal, heiligen Gral des mobilen Online-Videomarketings. Glauben Sie nicht? Dann sollten Sie erst recht weiter zuhören. Eine Premium-Variante der Amazon Video-Ads stellen zurzeit jene Werbevideos dar, die in die mobilen Suchergebnisse von Amazon-Shoppern eingebunden werden. Durch die Keyword-basierte Platzierung kann die gewünschte Zielgruppe viel weiter unten im Sales-Funnel angesprochen werden, was über reines Marketing-Branding hinausgeht. Beta-Testphase nur den Big-Playern vorbehalten? Kürzlich wurden Amazon Video-In-Search-Ads als Beta-Version freigegeben. Unter den Testern befinden sich namhafte, multinationale Konzerne wie Procter & Gamble, die für den englischsprachigen Raum eine Video-In-Search-Ad für Gillette geschalten haben. Mittelständische und kleine Unternehmen sucht man vergeblich. Woran das liegt? Klar, das limitierte Werbeinventar, das Amazon bereitstellt, ist heiß begehrt und lässt die Preise in schwindelerregende Höhen steigen. Ausprobieren kann hier nur, wer das angesetzte Einstiegs-Werbebudget von 35.000 Dollar, rund 30.250 Euro bezahlen kann. Mobile Advertising auf dem Vormarsch Doch wie erklärt sich die zunehmende Ausrichtung auf Mobile Advertising? Zur Beantwortung dieser Frage werfen wir einen Blick auf die aktuellen Statistiken. Hieraus geht hervor, dass das Umsatzwachstum von Mobile Online Werbung in Deutschland in den vergangenen Jahren einem steilen Aufwärtstrend folgt. Während der Umsatz in 2005 bei rund 5 Millionen Euro lag, wurde für das Jahr 2018 bereits ein Betrag von rund 900 Millionen Euro prognostiziert. Auch das Nutzerverhalten der Amazon-Kunden spricht für den Ausbau von Werbeoptionen im mobilen Umfeld. Der Großteil des Traffics wird bei Amazon im mobilen Search-Bereich generiert. Über den Tag hinweg wird bequem per Smartphone oder Tablet nach Produkten gestöbert und der virtuelle Warenkorb gefüllt. Zum Kaufabschluss kommt es dann in den meisten Fällen jedoch über den Desktop. Aufbau der Video-In-Search-Ads Ähnlich wie bei den keywordlosen Video-Ads, die zu Beginn näher erläutert wurden, bietet Amazon auch für Video-In-Search-Ads zwei unterschiedliche Kampagnentypen an. Beide erfordern im Vorfeld die Definition relevanter Keywords, die mit dem angebotenen Produkt inhaltlich verknüpft sein sollen. Damit wird bestimmt, bei welchen Nutzer generierten Schlagworten die Werbeanzeige zwischen den Suchergebnissen erscheint. Product Detail Page Campaign Dieser Kampagnentyp leitet die Nutzer direkt zu ihrer Produktseite weiter. Relevante Infos dieser Seite, Titel, Bild, Bewertungen und Preise werden automatisch für die Videoanzeige übernommen. Custom Landing Page Campaign Nutzer werden bei dieser Variante auf die Händlerseite oder aber auf eine andere Amazon Landing Page geleitet. Weitere Unterscheidungsmerkmale zum ersten Kampagnentyp sind, dass sie Text und Bild selbst auswählen und Bewertungen und Preis nicht angezeigt werden. Achtung! Diese fünf kreativen Guidelines sollten Sie nicht ignorieren. Werbung ist lästig, zumindest wenn sie nicht gut gemacht ist. Was in der Werbepsychologie als Reaktanz definiert wird, beschreibt im Grunde eine Abwehrhaltung des Nutzers gegen den wahrgenommenen Beeinflussungsdruck der Werbung. Hier entlädt sich die geballte Ladung an Negativgefühlen, was mitunter zur Kaufverweigerung ihrer Produkte führen kann. Um das zu verhindern, spricht Amazon folgende Empfehlungen aus. Kennen Sie Ihre Zielgruppe? Amazon-Kunden sind im Shopping-Modus und wollen sich ungern von eingespielten Video-Ads stören lassen. Schaffen Sie einen Mehrwert und überzeugen Sie durch Inhalte, die produktbezogen, lehrreich und repräsentativ sind. Kommen Sie gleich zu Beginn auf den Punkt. Bei diesem Format entscheidet jede Sekunde über Sieg oder Niederlage. Blenden Sie Ihr Produkt direkt ein, um die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Halten Sie es kurz. Das Video sollte zwischen 15 und 30 Sekunden dauern und sich auf eine Handvoll wesentlicher Verkaufsargumente beschränken. Optimales Format Garantieren Sie, dass Ihr Video auch ohne Sound verständlich ist. Achten Sie auf eine gute und uneingeschränkte Lesbarkeit bei verwendeten Textelementen in der mobilen Ansicht. Ende gut, alles gut. Da das Video im Loop-Modus Endlos Schleife eingestellt ist, sollten Sie einen Schluss einbauen, der eine kurze Verschnaufpause für den Betrachter zulässt oder einen nahtlosen Übergang zum Anfang garantiert. Was bringen die neuen Video-In-Search-Ads? Sie müssen nicht auf jeden Werbezug aufspringen und auch wir wollen trotz unserer Liebe zu Bewegt-Bild objektiv bleiben und werfen deshalb einen Blick auf die Fakten. Im Gegensatz zu bisher bekannten In-Stream-Video-Ads, die Amazon auf eigens verwalteten Unterhaltungsplattformen wie imdb.com, Twitch oder der Fire-TV-Plattform verkauft, geht der E-Commerce-Riese mit den neuen Formaten einen entscheidenden Schritt weiter. Mit der Einbindung von Video-Ads in die Suchergebnisse trifft hohe Kaufkraft auf einen starken Markenauftritt. Im Gegensatz zu YouTube und Facebook garantiert Ihnen Amazon ein markensicheres Umfeld. Hierbei kommen Filtermechanismen zum Einsatz, die Produktwerbungen für bestimmte Publikumsgruppen als ungeeignet einstufen und demzufolge nicht einspielen. Wie geht's weiter? Video-In-Search-Ads sind bisher nur für iOS verfügbar und daher nur auf iPhones oder iPads präsent. Platzierungen sind zudem nur innerhalb Amazon-betriebener Seiten möglich. Nach Abschluss der Beta-Testphase und der Erfolgsauswertung wird sich zeigen, wann oder ob ein Rollout überhaupt stattfinden wird. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass Online-Video-Marketing weiterhin auf Erfolgskurs bleibt und insbesondere Amazon im Mobile-Ads-Bereich noch große ungenutzte Potenziale aufweist. Gerne beraten wir Sie zu Werbemöglichkeiten rund um die neuen Amazon-Video-Ads und unterstützen Sie bei der Videoerstellung. MindBlogcast